Ja, hallo, Taxi Streskowitsch? Taxi Streskowitsch, der Taxiunternehmen für Blumberg und die Nahbereiche der Landkreise für Lingen-Schwenningen, Totlingen, Konstanz und Waldshut. Langejährige Erfahrung, moderne Fahrzeuge und ein hochmotiviertes Team professioneller Fahrerinnen und Fahrer garantieren Ihnen täglich rund um die Uhr einen optimalen und sicheren Fahrservice. Gerne fahren wir Sie an Ihr Wunschziel. Unsere Angebote gehen aber noch weit darüber hinaus. Hier ein Auszug aus dem umfangreichen Leistungspaket. Airport-Transfer zu allen Flughäfen, Kurier-, Booten- und Einkaufsfahrten, betreute Kinderfahrten zu Schulen und Kindertagesstätten. Veranstaltungsfahrdienste zu allen Events, Restaurants und Diskotheken. Auf Wunsch auch mit Chauffeur-Service. Das heißt, wir bringen Sie und Ihr Fahrzeug wieder sicher nach Hause und das alles bei größter Diskretion. Kranken und älteren Fahrgästen bieten wir Krankenfahrten von allen Kassen zugelassen. Mit vollem Begleitservice bei allen Arzt- und Klinikbesuchen. Unsere Fahrerinnen und Fahrer durchlaufen mit Ihnen die Anmeldung und begleiten Sie zum Untersuchungszimmer oder zur Klinikbettenstation. Nach erfolgter Behandlung holen wir Sie auch von dort wieder ab. Weitere Informationen auf unserer Homepage taxi-striskovitsch.de oder ganz persönlich unter der Rufnummer 07702 9359. Sie sagen uns, was wir speziell für Sie tun können. Unser freundliches Team befördert Sie pünktlich, zuverlässig, hilfsbereit und diskret. Wir freuen uns auf Sie. Ihr Team Taxi-Striskovitsch in Lundberg.